Das Oberamt Cannstatt war ein ab 1818 dem Neckarkreis zugeordneter württembergischer Verwaltungsbezirk. Nachdem bereits 1905 die Amtsstadt selbst mit Stuttgart vereinigt worden war und später noch weitere Gemeinden nach Stuttgart eingemeindet worden waren, erfolgte zum 1. Oktober 1923 die Auflösung des Oberamts. Dabei fielen die verbliebenen Gemeinden an die Oberämter Weiblingen, Esslingen und Stuttgart Amt. Geschichte Bereits im 14. Jahrhundert war die Stadt Cannstatt Hauptort einer württembergischen Fugtei, die das Kernland rund um die Stammburg umfasste. Dem hieraus entstandenen Amt ab 1758 Oberamt wurden ab 1806 weitere Orte eingegliedert, ehemalige Herrschaften. Die Bestandteile des Oberamts gehörten im Jahr 1800 zu folgenden Herrschaften, Herzogtum Württemberg. Der größte Teil des Gebiets zählte zum weltlichen Amt Cannstatt, das auch den rentkammerlichen Ort Hofen mitverwaltete. Zum Kammerschreiberei gut gehörten Zatzenhausen, Städten im Rehmstal und Scharnbach, Domkapitel Augsburg. Das Dorf vor Eiffingen, bei der Säkularisation 1803 an Bayern gefallen, kam 1810 per Staatsvertrag zu Württemberg. Reichsritterschaft beim Ritterkanton Koche der schwäbischen Ritterschaft war die Herrschaft Mühlhausen der Freiherren von Palm immatrikuliert. Punkt Gemeinden Folgende Gemeinden waren 1832 dem Oberamt unterstellt. Änderungen im Gemeindebestand seit 18131826 wurde die 1822 selbstständig gewordene Gemeinde Lobenrot wieder nach Scharnbach eingemeindet. 1905 wurden Cannstatt unter Türkeim und Wangen nach Stuttgart eingegliedert. 1922 folgten Obertürkeim und Hedelfingen. 1923 wurde das Cannstatter Oberamt aufgehoben und die verbliebenen 14 Gemeinden wie folgt verteilt. Rotenberg, Scharnbach, Uhlbach kommen zum Oberamt Esslingen, Fellbach, Uefingen, Rommelshausen, Schmieden, Städten im Rehmstal kommen zum Oberamt Weiblingen. Hofen, Mühlhausen, Münster, Uracker, Sillenbucht, Zatzenhausen kommen zum Amtsoberamt Stuttgart. Amtsvorsteher 1810 bis 1816 Karl August Eckart 1816 bis 1823 Johann Matthias Becher 1823 bis 1831 Gotthold Karl Georg von Ströhlen 1831 bis 1837 1831 bis 1837 Ludwig August von Gärtner 1837 bis 1849 Leo von Reischach 1850 bis 1877 Heinrich Friedrich Karl Kegeln 1877 bis 1894 Andreas Rath 1894 bis 1903 Adolf von Nickel 1903 bis 1919 Max Nick 1913 bis 1903 Ernst Mollen Vielen Dank.